Hallo liebe Camper! Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal in Dingesbühl bei MIGA Caravan. Ich möchte euch heute ein kleines Video zeigen, wir machen es nicht allzu spannend, wie es in der Werkstatt weitergeht, wie wir weiter verbaut haben, was wir alles gemacht haben, damit ihr auch seht, wie so ein eingebautes Fach mal grob ausschauen kann, wie viel Arbeit so ein Einbau macht, mal eben zwei Lithium-Akkus unterm Sitz einzubauen und so weiter. Und danach haben wir noch ein kleines Statement zu zwei Themen, die mir so ein bisschen am Herzen liegen, die möchte ich noch losfahren, aber jetzt schauen wir erst einmal in die Werkstatt. Auf geht's! So, das Fach ist jetzt soweit bei dem Leica fast fertig. Ihr seht, wir haben jetzt hier den Wechselrichter montiert, den habe ich euch ja hier an der Stelle schon gezeigt. Der ist jetzt auch angeschlossen und natürlich voll funktionsfähig. Bitte nicht wundern, der Booster blinkt noch rot, weil er noch nicht konfiguriert ist. Aber die Anschlüsse sind dafür schon alle vorgesehen. Die Hauptanschlüsse liegen auch schon alle. Wir haben hier noch einen sauberen Kabelkanal überall durchgezogen, damit man nirgends hängen bleibt. Hier beim Booster haben wir auch so ein dickes Rohr drüber über die einzelnen Kabel wie über die Sensorleitungen, damit auch hier ist ja doch ein Fach, wo man mal was rein tut oder was unterbringen möchte, dementsprechend nirgends hängen bleiben kann. Auf der Seite schaut so ein bisschen wirr aus. Da haben wir die ganzen Verteiler und die Sicherung ist da hinten vom Wechselrichter. Und sauber, anständig, angeschlossen, verarbeitet. Der Kabelkanal liegt super, also echt top. Das haben meine Jungs wieder super gemacht. Und so ein Fach finde ich, kann sie einfach sehen lassen. Man macht die Tür auf, man sieht ein aufgeräumtes, sauberes, ordentliches Fach. Keine Wirren, Kabel, Klemmen offen oder sonstiges. Und ich finde, so muss das sein. So hat der Kunde das verdient. Schließlich will man an so einem Fahrzeug lang Freude haben. Und ja, da ist das einfach ein Muss, dass das so vonstatten geht und dass das so verbaut wird. Meine persönliche Meinung. Und dazu stehen wir auch einfach. Genauso wie der Wechselrichter. Jetzt sagen immer viele, warum ich seit neuestem immer nur noch WCS bzw. warum ich so viel WCS-Geräte verbaue und ob ich, keine Ahnung, für ihn Werbung machen würde. Also erstens mal muss ich ganz ehrlich sagen, es ist und bleibt einer der besten Wechselrichter, den ich auf dem Markt kenne. Weil er einfach für seine Leistungsklasse, und wir sprechen hier, schaut selber, das ist ein 3000 Watt Wechselrichter. Schaut euch das kleine Ding an. 3000 Watt mit 200 Ampere Ladestrom. Das Ding wiegt 6 Kilo. Also es ist echt ein Witz. Und woher er seine Leistung bringt, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe ihn selbst schon bei mir im Auto verbaut und ich habe ihn auch mal testweise mit 3.2, mit 3.3, mit 3.4 belastet. Der schaltet einfach nicht ab. Also das Ding ist wirklich der Wahnsinn. Ich gehe sogar so weit, es ist aktuell, glaube ich, und es wurde mir auch schon von anderen Fachleuten bestätigt, einer wirklich der allerbesten Geräte, die wir so auf den Markt kriegen. Und jetzt dürfen wir eins nicht vergessen, ein kleines Beispiel dazu. Jetzt, heute, aktuell war ein Kunde bei mir, den habe ich vor einem, über ein Jahr ist es schon her, im Juni, glaube ich, war es. Ja, ein bisschen was über ein Jahr ist es her. Einen Büttner Wechselrichter verbaut mit 1700 Watt. Der ging jetzt leider kaputt. Kann bei dem genauso passieren, kein Thema. Es sind mir alle nicht davon gefeilt, dass Elektrik mal kaputt geht. Aber ich habe bei Büttner angerufen, der Kunde jetzt stinksauer. Warum? Zwölf Wochen muss er warten, bis sein Wechselrichter wieder da ist, wenn ich ihn einschicke. Und das, finde ich, ist grandiose Zumutung. Ist einfach echt scheiße. Entschuldigung, wenn ich es so direkt sage. Ist eigentlich nicht meine Art. Aber ich bin sauer, weil ich den ganzen Ärger natürlich vom Kunden abkriege. Obwohl auch ich nichts dafür kann. Aber ich stehe natürlich mit dem Rücken an der Wand. Der Wechselrichter ist auch so gut wie aktuell nicht lieferbar. Das ist das nächste Problem. Es ist einfach katastrophal. Klar kann man natürlich jetzt sagen, die Welt ist gerade aktuell so. Aber ich denke, zwölf Wochen ist schon der Hammer. Und warum kriegen es einfach andere Firmen hin, wo dann zum Beispiel hier der WCS Wechselrichter, wenn da wirklich was wäre, wird das Gerät sofort ausgetauscht. Da wird nicht rumdiskutiert. Da wird nicht wenn oder aber oder eingeschickt oder sonst was. Sondern einfach schlichtweg ausgetauscht. Neun rein, alten raus und fertig. Und alles, was dann passiert, passiert im Hintergrund, wo der Kunde nicht mehr mitkriegt. Und das nenne ich einfach Service. Und das möchte ich auch meinen Kunden weitergeben. Weil ich bin der Meinung, kosten tun alle Geräte was. Somit hat der Kunde das aber Minimum verdient, dass eben ein gewisser Service da ist. Und wie es eben so will, auch mein Kunde hat es natürlich festgestellt, jetzt wo er nächste Woche wieder wegfahren will mit dem Fahrzeug. Silvester möchte gern einen längeren Urlaub damit verbringen. Kann er sich alles knicken, weil eben kein Wechselrichter an Bord ist. Klar kann man sagen, man fährt ohne Wechselrichter. Ja, man kann sich auch den Kaffee mal wieder aufbrühen. Ja klar. Man muss sich auch nicht die Haare föhnen. Wobei das finde ich schon blöd, wenn man im Wintercamping ist und kann sie nach dem Duschen dann mal die Haare föhnen. Also so viel dazu. Es ist nicht immer alles schlecht an den Geräten. Im Gegenteil. Ich sage, die sind wirklich top. Booster hat man im letzten Video. Wechselrichter genauso gut, genauso wie die Akkus. Also echt ein Riesenthema. Allein schon von der Serviceleistung. Hier haben wir jetzt den Sunlight. Wie schaut es hier aus? Wie sind wir hier weitergekommen? Auch dieses Fahrzeug ist ja viel passiert. Hier haben wir die Akkus verbaut vom WCS. Die haben wir hier schön sauber eingebaut. Bitte nicht wundern. Ja, hier kommt natürlich noch Schutz drüber. Wenn die Sitzkonsole drauf kommt. Ja, die werden abgedeckt und da passt es auch dementsprechend alles drauf. Auch hier haben wir wieder unsere eigene Konsolen, sprich Akkuhalterung, gebaut. Dass der Akku bombenfest sitzt. Also ich weiß nicht, was für ein Unfall das passieren muss, dass der hier rausrutscht. Der kann nicht rausrutschen. Ist ein Winkeleisen, wo wir da hin machen, wo fest verschraubt wird an der Sitzkonsole. Also hier passiert definitiv nie was. Und das ist uns immer ganz wichtig, ganz wichtig. Sauber, fest, bombenfest, dass hier wirklich nichts passiert. Dann haben wir hier natürlich auch echt einen Aufwand. Weil die ganze Elektrik muss natürlich hier... Wupp! Ihr seht es. Nur ein Haufen Kabel. Jedes einzelne muss gekrimpt werden. Hier müssen wir die ganzen Krimpungen machen. Der Batteriecomputer muss da angeschlossen werden. Die Sicherungen müssen dahin gemacht werden. Also Leute, es ist echt eine wahnsinnige, aufwändige Arbeit, was wir hier leisten. Und damit es auch wirklich alles funktioniert, muss das auch anständig gemacht werden. Es muss anständig gekrimpt werden. Das ist immer ganz wichtig. Schrumpfschlauch drüber, sauber gekrimpt. Man muss darauf achten, dass die ganzen Schrauben richtig angezogen sind. Dass kein Übergangswiderstand hier stattfindet, damit keine Hitze entsteht und und und. Den Ladebooster bauen wir hier in den Nachbarsitz ein. Das ist auch ganz wichtig. Dazu kommt der Knopf, damit man da rankommt, nach außen verlegt. Auch das bauen wir hier ran. Also ihr seht, da ist auch schon richtig was passiert. Wir finden immer einen Weg, wo wir die ganze Geschichte hin tun. So haben wir auch hier einen schönen Platz für einen Wechselrichter gefunden, der da überhaupt nicht stört. Aber das zeige ich euch dann beim nächsten Video, wenn es fertig ist. Ja, das ist wieder mal, was wir so in unserer Werkstatt aktuell heute verbaut haben. Gleichzeitig war noch ein Kunde da. Den haben wir die zwei AGM-Akkus rausgebaut und haben neue Lithium-Akkus reingebaut. Auch dazu möchte ich noch mal was Kurzes andeuten. Weil ja ab und zu Menschen, oder weil ab und zu schon mal das Thema war, ja, ist ja nur ein Akkutausch, warum dauert das so lang? Oder beziehungsweise, was ist da der Aufwand? Also auch heute ein ganz, ganz lieber Kunde hat auch uns gesagt, beziehungsweise hat das auch live mitgekriegt, dass es echt ein Aufwand ist. A haben die Lithium-Akkus meist andere Anschlüsse und dann muss man die ganzen Kabel umkrimpen. Ich möchte auch bei mir dementsprechend immer, dass nicht so viele Kabel auf dem Verteiler sind, auf einem Pol. Weil das Problem ist, dass man dann, wenn so viele Kabel auf dem Pol ist, stellt euch mal vor, ihr müsst nur ein einziges Kabel dazu machen oder weg machen, weil das Gerät ausgetauscht wird. Und dann fliegt alles auseinander und man muss das mühselig wieder zusammenglauben. Es ist ja fürs Arbeiten auch wirklich Mist. Von dem her setze ich dann immer schöne Verteiler, Masseverteiler, Plusverteiler, wenn Platz ist. In der Regel ab drei, vier Kabel sollte man das auf alle Fälle tun. Und das ist natürlich dann ein bisschen Aufwand im Achtgewinde. Dann müssen häufig die Kabelschuhe umgekrimmt werden, damit das natürlich alles passt und ordentlich verbaut werden. Die Kabelquerschnitte müssen teilweise verändert werden. Heute war wieder der Klassiker, zwei AGM Akkus, ein 2000 Watt Wechselrichter, nachträglich eingebaut worden. Und von Batterie zu Batterie geht nur ein 16 Quadratkabel. Jetzt kann man sagen, ja auf die kurze Distanz funktioniert es schon irgendwie. Ja stimmt, hat ja auch irgendwie funktioniert, kein Thema. Das Ende vom Ziel war, Akkus kaputt. Also schöner ist, wenn man dementsprechend die Querschnitte überdimensioniert, grad von Akku zu Akku, damit sie schön die Balance halten können, damit da weniger Widerstand ist. Wenn der Wechselrichter zieht, dass er auch wirklich aus beiden Batterien sauber den Akku, den Strom rausbringt. Das macht Sinn. Das ist einfach ein Thema. Und da dauert halt so ein Umbau schon mal zwei, drei, vier Stunden. Das ist leider so. Zum nächsten, wo ich ja gerade schon angedeutet habe, Wechselrichter muss eingeschickt werden. Mich hat der Schlag getroffen. Zwölf Monate. Juhu, finde ich top. Ich verstehe es nicht ganz, muss ich wirklich sagen. Ich verstehe es nicht. Man kann, finde ich, oder man muss als Firma da so ein bisschen an seiner Serviceleistung arbeiten. Meine persönliche Meinung. Weil ich einfach finde, zwölf Monate den Kunden zuzumuten ist schon lang. Aber muss jeder für sich entscheiden, wie er da arbeitet. Wir haben uns genau aus diesen genannten Gründen anderen Produkten zugewandt, weil ich immer wieder genau auf diese Problematik gestoßen bin. Bei anderen namenhaften Herstellern ist das jetzt wirklich ganz egal. Und das mag ich nicht wirklich haben. Also, weil, wie gesagt, ich habe jetzt riesen Trappel mit dem Kunden, wo ich mich dann noch für was entschuldigen muss, wo weder ich gebaut habe noch ich gemacht habe, finde ich einfach nicht mehr schön. Aber gut, das ist eben so. Dann habe ich noch ein kleines Thema in eigener Sache. Und zwar ging es heute auch wieder um ein Thema von einem Kunden. Ich habe eine Alarmanlage. Könnt ihr mir die bitte mit verbauen? Ich würde es gern tun. Wirklich. Ich würde euch gern den Gefallen tun. Ich würde gern mitgebrachte Dinge von euch verbauen. Aber ganz am Anfang, muss ich nochmal zurückspulen, ganz am Anfang war ich auch der Meinung, das wäre eine gute Idee, weil der eine oder andere Kunde hat eben schon ein Gerät oder von Wohnmobil zu Wohnmobil möchte das wieder mitnehmen. Aber ich muss einfach klipp und klar sagen, ich kann und darf es nicht. Ich kann und darf es nicht aus mehreren Gründen. Der Hauptgrund aber ist, dass ich eine Firma bin und ich der Letzte bin, der Hand anlegt an dieses Gerät, wo ihr mitbringt. Das heißt für mich, ich bin der Verantwortliche. Wenn das Gerät, ihr fahrt hier vom Hof, das Gerät ist eine Woche später kaputt, ihr ruft mich an, weil ich das letzte Mal in der Hand gehabt habe. Ich bin aber machtlos, weil ich in dem Gerät nicht drin stecke und ich muss aber jetzt die Zeit aufwenden, mich mit euch dann nicht böse sein, also echt nicht böse gemeint, aber trotzdem um die Sache, ich verstehe ja dann auch euch, aber um die Sache mit euch auseinanderzusetzen, um eine Lösung zu finden. Das Gerät ist aber nicht von mir. Das heißt, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber betriebswirtschaftlich für mich total, totaler Mist, weil ich muss ja in die Arbeit gehen, um Geld zu verdienen. Da verdienen wir aber kein Geld. Und wenn ich mich in der Zeit über dieses kaputte oder defekte Gerät dann mit euch auseinandersetzen muss, verdiene ich auch kein Geld, weil ich habe euch das Gerät ja nicht mal verkauft. Ich hatte ja nur den Einbau dafür gewährleistet. Ich habe aber auch gesetzlich gesehen, nicht nur die Verpflichtung durch den Einbau, sondern ich habe dann auch die Verpflichtung oder die, ja, wie sagt man da, die Aufmerksamkeit auf das Gerät. Und das ist einfach schlichtweg rechtlich die Schwierigkeit. Und nehmen wir das nächste Beispiel. Ihr bringt euer Gerät mit. Mein Handwerker, auch nur Mensch oder selbst mir selber, ich würde es jetzt gar nicht auf irgendjemand anders schieben, beim Einbau, mir fällt es einfach runter. Ja, dann ist es kaputt. Dann muss ich euch das Gerät natürlich komplett ersetzen, aber auch hier wieder. Ich habe dann für mich keinen Ansprechpartner. Ich habe keine Gewährleistung, wo ich mit meinen Lieferanten sagen kann, du, pass auf, ist uns passiert, bitte schick mal Neues. Du kriegst es zurück. Wir tauschen das bitte einmalig aus. Okay, auf Kolanz, kriegen wir hin. Aber wenn ihr das Gerät mitbringt, muss ich das wieder voll zahlen. Und auch das ist ein Problem. Also das heißt, auf Deutsch gesagt, ich hänge immer irgendwo so ein bisschen mit drin, egal was mit dem Gerät passiert. Klar, jetzt könnt ihr sagen, ja, aber mein Gerät funktioniert ja, das ist ja nichts kaputt. Es ist ja neu oder ich bringe es ja extra mit oder wie auch immer. Alles richtig. Aber letztlich, wenn es zum Treffen kommt und genau diesen Spruch habe ich eben immer wieder gehört, aber wenn es dann letztlich zum Treffen kommt und ich würde das alles nicht sagen, wenn ich nicht schon genug Erlebnisse hier in unserem Laden in Dingeswühl erlebt hätte, wo dann das genau mir wieder auf die Füße fällt und ich dann doch die Zeit investieren muss, gucken muss, dass ihr an das Gerät herbringt, gucken muss und dann Ersatz zahlen muss, weil eben genau das der Fall ist. Oder ich muss einen Router einrichten von einer LTE-Antenne, wo ich gar nicht gekauft habe, wo er gar nicht von mir war. Ja, aber ich muss jetzt die Zeit investieren, weil das Problem ist, ich brauche ja erheblich länger, weil auch ich muss mich ja erst in den Ruder einlesen. Es gibt hunderttausend verschiedene Ruder für Wohnmobile, wo man da einbauen kann und ich kann nicht jeden Einzelnen kennen. Also ich geht nicht. Wir schießen uns auf zwei, drei Geschichten ein, die wir beherrschen und die verbauen wir. Und ich kann mich aber nicht mit jedem neuen mitgebrachten Ruder dann auseinandersetzen, weil da fliegt alles durch die Decke, weil die Zeit kriege ich weder bezahlt noch die Arbeit kriege ich bezahlt und das Problem, wenn danach was nicht funktioniert, kriege ich auch nicht bezahlt. Betriebswirtschaftlich total daneben, rechtlich bin ich auch noch total daneben, weil ihr habt in dem Fall recht, weil ich bin der Letzte, der die ganze Elektrik angefasst hat. Also bin ich auch in der Verantwortung. Und ihr versteht es sicherlich, wenn ich schon in der Verantwortung bin und wenn ich schon Gewährleistungen geben muss, dann bitte auf Geräte, die von uns sind, die wir verbauen, die wir verkaufen und die wir anbieten. Weil dann kann ich auch den kompletten Schutz, die komplette Gewährleistung ohne Wenn und Aber über so ein Gerät bieten. Das war mir jetzt einfach nur mal wichtig. Ich weiß, die meisten verstehen das auch. Es ist auch keine große, schlimme Diskussion. Nur war mir das jetzt einfach mal wichtig, das euch mitzuteilen, mitzuteilen, dass ihr da Bescheid wisst, wie das Ganze vom Handling her eben einfach ist, weil ich kann da leider anders nicht agieren. Das funktioniert einfach nicht. Jo, in dem Sinn bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zuschauen. Einen ganz lieben Gruß, weil ich weiß, dass ich bei einem speziellen Kundenpärchen, die auch schon vor zwei, drei Tagen hier waren, ganz, ganz nette Leute. Und ich erscheine da immer im Wohnzimmer auf einen riesen 50-Zoll-Monitor. Da bin ich ganz rot worden, weil die gucken dann zusammen immer meine YouTube-Filmchen an. Und da schicke ich mal ganz, ganz liebe Grüße an euch, weil ich weiß jetzt ganz genau, dass ich wieder bei euch im Wohnzimmer auf diesem unglaublich großen 50-Zoll-Monitor bin. Und allein für mich die Vorstellung schon verrückt. Aber seid ganz lieb gegrüßt. Und ja, in dem Sinn, ich freue mich natürlich über ein Like von euch, über Kommentare, was das vorhergehende alles betrifft. Sehr gerne. Ich lese jeden einzelnen Kommentar von euch durch. Meistens schaffe ich auch, Fragen zu beantworten. Da bin ich immer ganz fleißig oder versuche es zumindest, wenn Fragen auftauchen, alle zu beantworten. Vielleicht flutscht mir auch mal was durch. Dann bitte verzeiht oder einfach bitte nochmal fragen. Aber überhaupt kein Problem. Ich gebe mir größte Mühe. Also, ganz lieben Dank, schöne Grüße und bleibt weiterhin gesund. Und, 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 ganz liebe Grüße aus Dingesbühl. Bis bald. 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 Bis zum nächsten Mal.